Hey Friends, in weniger als vier Wochen ist es soweit und ich habe meine erste Gruppenausstellung über das Gallery Weekend in Berlin. Und da das meine erste Gruppenausstellung ist, dachte ich mir, muss ich auf jeden Fall was Besonderes malen, um irgendwie aus der Masse herauszustechen. Ich habe mich dann dazu entschieden, eine Leinwand zu nehmen, die größer ist als ich selber, mit den Maßen 1,80 x 1,60. Und das war bisher auch das Größte, was ich jemals gemalt habe. Und passend zu dem Thema Zeitenwende wollte ich nicht nur etwas machen, das optisch modern aussieht, sondern auch inhaltlich gut in die Gesellschaft passt. Ich bin sehr gespannt, wie ihr es findet und was ihr dazu denkt und lasst mich es gerne wissen in den Kommentaren.